hallo und herzlich willkommen hier ist Mandy von Mandy's Bastelshop wir sind heute schon beitrag 19 von unserem krefttemper 2022 heute ist es ein wenig aufwendiger ich habe hier schon mal alles parat gelegt die sticker werde ich verwenden den text werde ich hier irgendwie verwenden und hier ist noch Deko das ist der sketch schein der Söhne passend zum layout heute muss einiges geklebt werden das ist übrigens wieder eine Stanze von Honeybee ich werde erstmal Klebeband anbringen und dich jetzt wieder im Schnelldurchlauf mitnehmen denn das aufgeklebe dauert doch schon ein oder zwei Minuten aber macht ja nichts soll ja Freude machen ich hoffe du bist nach wie vor noch dabei oder bist jetzt eingestiegen oder wie auch immer schreib mir doch mal einen Kommentar was du selber machst ob du die daraus nachbastelst die sketch arbeitest Garten bastelst daraus die sketch schon nimmst ob du strickst häkelst kleppelst egal was und dann dann werden wir Tag 19 kleppen also ich kleppe und ihr macht hoffentlich alle mit und dann sind wir ja bald fertig da kann man überlegen dann können wir uns mal überlegen was wir als nächstes machen das nicht jeden monat 3 2 1 rufe 1 2 1 2 2 Bis zum nächsten Mal. 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 Das wäre jetzt Tag 19. Dann danke ich dir für's Zusehen. Bis morgen. Tschüss.